Herr Monheim, Sie sagen, die Regierung setzt in der E-Mobilität nicht die richtigen Akzente. Wie sehen Ihre Vorschläge für die Elektrifizierung des Verkehrs aus? Gut, es gibt den Klassiker der Elektromobilität, das ist die elektrische, also die Straßenbahn. So fing die Elektromobilität auch mal an. Die Elektrifizierung des deutschen Schienennetzes ist nie zu Ende geführt worden. Die ist in den 60er Jahren abgebrochen worden. Dadurch haben wir Riesenprobleme im deutschen Schienennetz. Wenn das durchgängig elektrifiziert wäre, wie es in der Schweiz zum Beispiel der Fall ist, dann würden wir sehr viel erfolgreicher sein. Also, es muss einen Akzent geben beim öffentlichen Verkehr. Eine Renaissance der Straßenbahn. Elektrobusse, und zwar Minibusse, Midibusse, Standardbusse, Großraumgelenkbusse. Alles das gibt es klassisch als O-Bus mit Oberleitung. Aber es gibt es das auch batteriegetrieben, akkugetrieben. So, wir brauchen da Forschungsgelder und Entwicklungsgelder. Davon redet niemand. So, das ist der Teil öffentlicher Verkehr. Und nun haben wir tatsächlich in einem anderen Bereich einen ziemlichen Boom, ohne dass die Politik irgendwas dazu beigetragen hätte, nämlich bei den Elektrofahrrädern. Die Pedelecs. Die Pedelecs sind jetzt im Millionenbereich hier bei uns angekommen. Das wird auch weitergehen. Sie erlauben es dem Radverkehr völlig anders im Markt sich zu platzieren als bisher. Man radelt sehr viel längere Entfernungen. Also das Fahrrad kommt aus dieser kleinen niedlichen Nische der Nahmobilität raus. Und es wird jetzt auch natürlich im Mittelgebirge und bei steilen Bergen geradelt, weil sie ja eingebauten Rückenwind haben. So, unsere Nachbarländer Dänemark und Holland machen uns das vor. Da sind die Pedelecs richtig am Boomen. Bei uns ist es so ein halber Boom. Ich hätte gerne einen ganzen und ich hätte schon gerne von der Politik ein paar Randbedingungen, die dazu beitragen, dass Pedelecs in den öffentlichen Leihfahrradsystemen, die es im Moment in verschiedenen Städten gerade so im Aufbau gibt, dass da auch sehr viel mehr Pedelecs reinkommen. Das hilft mir nichts, wenn in Stuttgart 10 Pedelecs oder 20 rumstehen. Also da brauche ich schon ein paar Tausend. Und wenn Sie mal in den Tausenderbereich reingehen, das kostet Geld. Und da sind die Kommunen überfordert, wenn sie das alleine machen. Also da brauchen wir ein richtiges Förderprogramm, wie wir das ja beim Auto, beim Elektroauto haben. Letzter Punkt, Motorräder. Motorräder sind im Moment in Deutschland nach wie vor klassische Benziner. Benziner haben das große Problem, dass sie sehr laut sind, sehr emissionsintensiv bei den Motorrädern. In Asien sind die klassischen Benzinmotorräder ausgestorben. Sie sind politisch ausmanövriert worden und sind ersetzt worden durch Elektro-Scooter, also Elektromobilität bei Motorrädern, die natürlich leise sind, die schwächer motorisiert sind. Motorräder sind ja immer auch ziemliche Raketen. Also das Motorrad kriegt praktisch eine andere Bedeutung. Es ist eben nicht mehr das Brumm-Brumm und das Harakiri-Gerät, sondern das ist dann wieder ein ganz normales Verkehrsmittel. In die Carsharing-Industrie müssten doch eigentlich die Automobilhersteller einsteigen. Wer soll die Investitionen tragen? Richtig. Also auf leisen Sohn tun sie das. Das sind aber alles Pilotprojekte und wenn Sie sich die Mengengerüste angucken, dann fühlt sich ein Autokonzern schon ganz toll, wenn er 300 Autos irgendwo hinstellt. Die Dimensionen, die sie eigentlich brauchen, kann man sehr schön am parallelen Trend bei den Leihfahrradsystemen nehmen. Wenn Sie gute, erfolgreiche Leihfahrradsysteme, die haben in der Tendenz in Paris 25.000, in Shanghai 80.000. Also da wirklich massenhaft Leihfahrräder, die in den Straßenraum kommen, die da auch sehr gut abgestellt werden können. In Paris ist praktisch jede Haltestelle, ist gleichzeitig eine Station, wo sie sofort aus dem Bus aufs Leihfahrrad wechseln können. Das brauchen wir eigentlich auch. Unsere deutschen Leihfahrradsysteme, wir haben eine ganze Menge, also es gibt im Moment etwa 60, 70 Leihfahrradsysteme schon in Deutschland, weil es ein Modellvorhaben dafür auch gab, aber die sind alle sehr klein. Die kritische Masse, die man eigentlich braucht, damit alle Leute Lust darauf haben und dass man auch weiß, wie man es benutzt, die erreichen wir nicht mal bei Metropolrat Ruhr. Das ist das größte deutsche Leihfahrradsystem. Zehn Nachbarstädte im Ruhrgebiet haben im Moment etwa 3.000 Fahrräder an etwa 300 Stationen im ganzen Ruhrgebiet. Man bräuchte da eher 30.000 und ja, jetzt ist die Frage, wer macht das? Klamme Städte werden sich das nicht trauen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass sich der öffentliche Verkehr da engagiert. Wir haben ein Beispiel, in Mainz zum Beispiel ist das Mainzer Verkehrsunternehmen, MVG, hat das Mainrad als Leihfahrradsystem unter seine Fittiche genommen, betreibt das so. Da müssen wir hin, der öffentliche Verkehr muss sich multimodal aufstellen und dann kommt da wirklich einiges in Bewegung. Die Zukunft der Mobilität wird sich aber auch nicht in den Städten entscheiden, wo solche Modelle wie Carsharing etwa viel leichter anzuwenden sind als im ländlichen Raum. Welche Mobilitätskonzepte schlagen Sie denn für die ländlichen Gebiete vor, die immer noch sehr auf das Auto angewiesen sind? Also statistisch im Durchschnitt haben Sie recht, aber es gibt im ländlichen Raum eine Menge guter Beispiele, dass es auch ohne Auto geht. Wir haben eine Reihe von Kleinstädten, ich sage mal Lindau, Euskirchen, Lemgro, Detmold, Bad Salzuflen und 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 und. Die berühmten Stadtbusstädte, die alle so in den 90er Jahren einen bis dahin sehr schlechten öffentlichen Verkehr völlig neu aufgezogen haben. Taktverkehr, meistens Viertelstunden, 20 Minuten Takt. Moderne schicke Midibusse, also die Busse nicht zu groß. In der Mitte auf dem Marktplatz die Treffpunkthaltestelle. Und die haben in der Regel schon nach einem Jahr 20 mal, 30 mal, 40 mal mehr Fahrgäste als vorher. Also eine Lawine. In Euskirchen sind wir weit jenseits der 5 Millionen Fahrgäste. In Lemgo sind wir irgendwo bei 2,4 Millionen, also Kleinstädte, wo der öffentliche Verkehr so routinemäßig genutzt wird wie in der Großstadt. Dann haben wir das auch im ganz ländlichen Bereich, weil ländlicher Raum ist ja nicht nur Kleinstadt, sondern es sind Dörfer, richtig Streusiedlung. Da haben wir ganz erfolgreiche Rufbussysteme, also Bestellsysteme, funktioniert ähnlich wie ein Taxi. Und auch da haben wir richtig massive Marktbewegungen. Also es ist ein Gerücht, dass man im ländlichen Raum nichts machen könnte. Und wenn Sie jetzt noch den letzten Trumpf auch ausspielen, es gibt ja im ländlichen Raum relativ oft alte Schienenstrecken, weil wir ja früher mal ein sehr dichtes Schienennetz haben. Wenn Sie jetzt auch noch eine Regionalbahn reaktivieren, wo wir auch wieder wunderschöne Beispiele haben, und wenn diese ländliche Region am Ende auch noch eine touristische Region ist, das ist ja oft so, weil da wo die Landschaft schön ist, da wollen die Touristen hin, dann bedienen Sie plötzlich den touristischen Markt auch. Und mein klassisches Beispiel ist die Usedomer Bäderbahn. Das ist eine Bahn, die ganz erfolgreich den Touristenmarkt bedient. Also es ist nicht so, dass ländlicher Raum Autoland bleiben muss. Die Schweiz macht uns das übrigens vor. In der Schweiz können Sie auf die letzte Alm mit dem öffentlichen Verkehr kommen. Publikar, das ist ein Bus-System. Wenn Sie mit drei Koffern auf die Alm wollen, dann bringt sie Publikar dahin. Ein öffentlicher Verkehr. Also die fahren durch Waldwege, Feldwege. Also das ist alles machbar, wenn man Fantasie hat, wenn man den Willen hat und wenn man dafür auch ein bisschen Geld bereitstellt. um mich nicht. FIRST kennengl倒